So, bitteschön. Danke. Das riecht aber gut. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. So eine wunderschöne Frau wie du. Auf dich und einen wundervollen Abend. Mal sehen. Ein wundervoller Wein. Trink. Trink. Na? Entschuldige, wie ungeschickt von mir. Kann ja passieren. Lass uns essen. Danke. Ich hab jetzt keinen Hunger mehr. Iß. Das wird dir schmecken. Na los. Hab dich nicht so. Ich hab jetzt einen wundervollen. Iß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020